Leid das ist Leck und Willkommen hier zu was zum Teufel wieso verlassen alle dafür ich bin alleine das Runde wird jetzt wieder mies ich wollte heute den Stream eigentlich machen allerdings allerdings ist es leider was unfassbares gelaufen und zwar dass ich nicht mal nicht mal so zu viel abtreiben lassen und das Problem einfach war dass der Leck jetzt zu heftig ist von Leck der jetzt zu hart ist tut mir leid ich weiß nicht was mit dem PC heute seitdem jetzt los ist vorhin in streamer ging er nicht so gut dann jetzt noch noch hier also da verstehe ich nicht mehr was hier vor gab aber ich werde es nach fixen lassen übrigens habe ich übrigens habe ich zwei rank hier gekauft und zwar habe ich hier einmal den ein monate ich glaube nicht ein drei monat premium und ein super premium für drei vier minuten insgesamt für ein monat dafür weil ich wollte das mal austesten wie das so in der gruppe ist wie das ist so und ja das ist ziemlich kann man eigentlich was noch nie eigentlich im primo war alles muss ich ehrlich sagen ich weiß nicht wie soll letzt du das lässt du jetzt du das siehst du Nein du gehst nicht weg du gehst nicht weg Oh Junge auch Junge ist er eh verloren gegangen man kann jetzt ein einfach mal sein nicknamen ganz schön an das land ein video gerne weil ich hier ein youtube bin brauche ich die support zu bringen weil das ziemlich cool ist dieses system dieses system ist ziemlich nice finde ich irgendwie auch nett das angebot das werde ich mal in öfteren wieder mal ausprobieren wenn das ganze abgeschoben ist ja ich bin auch kein berühmter allerdings auch mal für mich hat man das spiel verlassen muss ich das jetzt wieder alleine führen oder was na gut in der zeit wo mal ich wollte versuchen heute also gestern ich heute vorgeschlagen mein tag ist wieder kacke auf jeden fall auf jeden fall ist so halt dass sie halt das ich halt so meine tage habe immer nur dummheit reden aber naja ganz ja weiter waren allerdings muss ich ehrlich sagen dass die jetzt zu blau gehen muss doch jetzt kommt ein anderer nein nein sie waren einfach ok schon mal hier muss oder gleich schon mal sogar der blaue team die bestimmt gleich aus werden vierte so ich hoffe dass dein leck jetzt nicht so krass wird wenn es zu krass ist ja du bist aber leid da kann ich nichts dafür Das ist schön. Nein. What the fuck? Okay. Scheiße, ich muss raus. Raus. Raus, 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 raus. Raus. Na. Komm schon, Mann. Ich bin raus. Raus. Warte, hier ist jemand. Hier ist jemand. Na, warte. Eins, zwei. Ich bin da drin. Geil. Verdammt. Wo? Wo? Das gibt's nicht. Wir sind noch alle mal draufgegangen. Scheiße. Da kostet Epic Fail, aber ich hab's ein bisschen morgen. Ich habe care. Ja. Hier ist es. Hier ist es. Ich bin da. Da ist es. Da ist es. Ja, da ist eigentlich egal. Hier ist Locke. Geht, 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 Geht! Ja, bap! Ja, bap! Ja, bap! Komm schon! Gott. Nee. Ja. Was? Das? Das? Nein, hier, kommt da! Scheiße, wie fickt das? Komm schon, let's die! Also, tschüss, tschüss! Alter, du bist gescheuert, wie bescheuert seid! Alter! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm her! 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 scheiße der scheiß bitte gedulde gedulde okay was was war raus Oh Mann. Boah, bin ich bescheuert. Ich bin so bescheuert. Habt ihr das gesehen? So schlecht bin ich, wie ich es kann. Wow. Was ist denn mit dir? Gut. Oh wow. Was ist das? Was willst du von mir? Da kommt der zu mir. Warte. So Ausrüstung, bumm. Nein, da muss ich raus. 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 Ich geh mal aus. Ich geh mal aus. Oh, scheiße. Das muss ich aus. Verflext, Alter. Und so gesehen. Niemand. Einfach niemand. Niemand kommt. Hier irgendein. Angriff. Los, los. Was machst du? Warum, warum tust du mir alles an? Jetzt. Was machst du? Wo bist du wohl? Jetzt muss ich raus. Durch. Durch. Komm schon. Komm schon. Ich hab den noch schon raus. Ich hab den schon raus. Ich hab den schon raus. Ich hab den schon raus. Das gibt's nicht. Das gibt's doch. Das gibt's doch. Ist das ein Arschloch? Das gibt's doch gar nicht. Was ist das? Ist das ein Arschloch? Das gibt's doch gar nicht. Was ist das? Was ist das? das gibt's doch gar nicht man man ich hätte die fast jetzt habe ich keine lust mehr ich habe keine lust mehr auf die scheiße so soll ich jetzt soll ich jetzt den gelben jetzt hier ziehen oder wie wachen wir das jetzt nein nur das weiß ich jetzt tut man diesen alle da ich schenke es nicht wieso ich mach die karte sie bescheuert alles klar jetzt kann ich die bitte gott was willst du ja verlassen auch verflixt verflixt und zugemäht da ist noch grüner das ist jetzt aber nicht der derzeit jetzt okay Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, da ist jemand, da ist jemand. Wow. Loll. Raus. Loll. Warte. Loll. Läme trotzdem. Läme trotzdem. Gleich werden wir von Grün halt jetzt hier, pass auf. Läme trotzdem. Läme trotzdem. Läme trotzdem. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, nein. Wow! Hey, it's Mack. Okay. Oh, my God. It's crazy. Even. Oh, my God. 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 Ich hab auch wirklich eine Fiala. Komm schon, Fial? Komm schon. Komm schon. da kommt grünen warum warum nein aber schuld oh das ist dumme ne nehmen wir das da nehmen wir das hier was blödsinn was machst du was ist da für ein scheiß dieser arsch das gibt es doch gar nicht das gibt es doch gar nicht was ist das gibt es doch das gibt es doch gar was ist das da genau das wo sind die dinge blieben jetzt verstehe ich es nicht ich verstehe es wirklich nicht das ist doch bescheuert man was ist er das gibt es doch gar nicht was ist das ich bin so bescheuert dass er merkte jetzt gerade ich bin so bescheuert egal die folge war richtig richtig komisch die war wirklich komisch naja ich wünsche euch jetzt einen schönen tag schreibt mir kommentare social media alles mögliche was ihr habt und jetzt wünsche ich schönen tag und wir sehen uns in der nächsten part wieder wenn es heiß wird es los und zwar wieder am montag nächste zwei wochen ich hoffe ich liebe alle tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017